E-Learning as a Service. Was haben wir alles? Wir haben einen Chat zu den bayerischen Öffnungszeiten. Das heißt, wenn in Bayern Feiertag ist, wird dadurch ein Ticket erstellt und am nächsten Tag bekommt der User oder der Anfragende Bescheid. Derzeit haben wir eine durchschnittliche Wartezeit bei dem Chat von zwei Minuten oder knapp unter zwei Minuten. Dann haben wir ein Self-Service-Portal, wo eine Wissensdatenbank, die Ihnen weiterhilft mit den gängigen Fragen, die auch ständig erweitert werden. Dann haben Sie einen Newsletter, wo Sie ständig proaktiv auf Erneuerungen darauf hingewiesen werden, auch wenn es Erneuerungen sind, die wir vielleicht machen müssen für die Datenschutzgrundverordnung oder Berichte oder neue Kurse. Und Sie haben Ihren eigenen Ansprechpartner, mit dem Sie jederzeit ein Webmeeting ohne zusätzlichen Aufwand für Sie buchen können. Und allein wenn wir das mit einkalkulieren, sind wir somit günstiger, als wenn Sie ein kostenloses E-Learning-Portal verwenden, wenn Sie dieses Know-how sonst, egal ob mit eigenen Mitarbeitern, bezahlen müssten oder sich extern einkaufen. Und somit schaffen wir es, e-Learning salonfähig für die Speditions- und Logistikbranche zu machen und das besser sogar, als wenn Sie selbst eine Plattform geschenkt bekommen würden oder bekommen hätten in dem Fall. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020